Hey, ab und zu habe ich hier Lex in der Aufnahme. Muss ich kurz mal unterbrechen und dann geht es weiter. Das ist halt Fraps, ne? Das ist halt Canva. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein vergiftetes Schwert. Ich bin ja aber auch schwer am Aufleveln, ne? Immer wenn man diese kleinen Explosionen hört, ist das ja so ein Aufleveln. Ah, ist ganz schön krass hier. Den haben wir schon. Nur das mit ihm hier. Mist, Viecher, Junge. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hört ihr das auch? Da beschießen sich welche oder schießen die schon auf mich? Ne, die beschießen sich. Der hat einen weggemacht da oben. Okay, der gehört zu... Oh, mein Handy klingelt. Kurz mal Unterbrechung. Ich Oh, mein Handy. Oh, mein Handy. Oh, mein Handy. Ich höre schon wieder Hundis. Ich muss ja sagen, mit der EMK habe ich ja noch nichts zu tun. Bis jetzt bin ich ja bloß auf die Legion getroffen, auf die Pulverklausis. Hurra, sie können die Spiele von Crazy benutzen. Gehen wir doch nicht auf den Mund, weißt du? Du hast doch eigentlich nicht. Gegenstände, Waffen. Gegenstände, Waffen. Fuck. Okay. 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 Ich treffe auch nicht. Gibt's das? Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Er ist der nackte Klaus, oder was? Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Verschlossen schwer. Schlüssel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welcher Spasti schmeißt hier drin? Da. Da. Ganz schön krass unterwegs, die Jungs. Vielleicht sollten sie sich erst um die Kerle kümmern, die versuchen sie umzulegen. Schusswaffe. 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 Sprengstoff. So. Ich sehe aber weiter kann. Ja. Hätte nicht gedacht, dass jemand frei... Ja, ja. Was haben Sie denn? Inherentierung? Glaube. Ah, blau. Okay. Vorausgesetzt, es ist dabei eine RNK. Wenn es sei. Also gut. Ich werde... Meines Erachtens. Er hat verarscht. Ich bin zu verfügen. Wenn er begnadig wird. Gibt es hier nichts weiter zu holen? Hier ist noch eine Ausgabe. Ach, dick. Dass man immer erst aggressiv werden muss. Ja, komm runter, du musst es. Kann doch nicht wahr sein. Bestimmt der jetzt mal? Ja. Manchmal geht's nur um Watz. Kleinkalibergewehr. Das Kleinkalibergewehr macht mir ja nicht so viel Schaden. Auf meine Rüstung. Was geht der denn immer noch? Allgemein Würdenträger. Oha. Ah, kann ich ruhig mal ein bisschen Karma verlieren. Ich klau hier alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Ich glaub, ich soll noch mal hier rein. Das Besucherzentrum, oder? Irgendwie. Ich soll hier wieder raus. So, wieder in die Heimat. Nee, das machen wir noch nicht. Wir sind ja noch nicht fertig mit den Banditen hier. Noch haben wir ja für die ein oder andere Waffe Munition, oder? Nope. Das Dienstgewehr haben wir noch. Nein, war das ... Nein, oder? Μper** Bis zum nächsten Chiss! Bis zum nächsten Chiss! Was machen wir jetzt auf die nette Art? Hier verzieht sich keiner. Hier kriegt jeder seinen Kopf ab. Will oder nicht? So, erstmal eine Stunde gepennt. Denn mein Typ hat das ganze Spiel über noch nicht geschlafen. Auf jeden Fall kranker Scheiß, der hier passiert. Nur mal kurz mal die Uhrzeit checken. So, und weiter geht es. Hier werde ich auch mal den Turm umkraxeln. Ich meine, ich weiß, ich soll die nicht beklauen und alles. Aber was soll es? Was soll es? Man muss ja, man muss ja. Ne? Soll die Knete sonst herkommen. Ich finde das mit den Nahkampfwaffen doch gar nicht schlecht, weil hier echt wenig Munition ist. Verwaltung ist ja schon mal drin. Nein, vielleicht noch nicht. Ich brauche eine Waffe mit Munition. Henny-Gan, der alte Hooligan. Na los! Na, reicht's schon? Na, reicht's schon? So, da könnt ihr euch alle gut hinstellen. Ich weiß, das war ein mieser Trick. Na los! Oh, ich bin tot. Ich habe den Watz-Modus nicht überlebt. Naja, okay. Na, reicht's schon? Alter, fickt die Henne. Was haben Sie getan? Ich muss hier weg. Ich habe hier keine. Ich hinge fest. Also, wie war er? Ich habe ihn. 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 Ja, ähm, Action. Wollte ich nur noch mal, äh, erwähnen. Hier geht ja ganz schön der Swag ab. Aha, umso ein KZ auf MKZ. Aha, Recycling, kleine Energiezahlen. Landenergiezahlen, 55. Wissenschaft, ja. Okay. Recycling, auch kein Stoff. Wie die hier abgegangen sind, meine Fresse. Ich glaube, Sprengstoff wird unser neuer Freund in dem Spiel. Oder unser neuer Freund für den Revolver. Oh, wer ist ein Schiff. Oh, ich House. Echt? Hallo Freunde Da muss aber ne Plasma-Kanone anfangen, das gibt's ja nicht, du Schmeichel. Oh fuck, ich bin ja schon wieder gleich tot, die Plasma-Kanone hat mir ganz schön reingehauen. Alter. Der einen Schlag kriegt, der Motherfucker, johann. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Mörder. Ich bekämpfe das Gesetz, denn hätte ich glaube ich bei denen da irgendwas machen müssen. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Mörder. Na, Verwaltungsschlüssel. Hört sich gut an. Ah, dann geht das aber auch nicht auf, okay. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Mörder, ich bin kein Mörder. Das, was ich hier mache, ist alles rechtens. Ich kämpfe mich nur durch. Mit einem Haufen undankbarer Verbrecher. Ich bin kein Mörder. Nein. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Ich kann zwar erst meinen Auftrag nicht mehr machen, was ich aber nicht schade finde. Ich gehe jetzt mal nach Goodsprings zurück. Wer denn die Aufnahme erst mal beenden war? Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Beziehungsweise, ja, ich weiß jetzt nicht, wann ich die Folgen schneide. Das ist ja eher spontan. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder gegen Pröberbanditen, ERNK, Riesenskorpione und was nicht alles kämpfen. Die Magnum sieht aber auch nett aus, ne? Sie hat was. Gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal.